Äh... Ich will nicht, dass du dich damit quälst. Dann zeig sie an. Ich kann sie nicht anzeigen, das würde nichts bringen. Ich kann ihr nichts nachweisen. Für eine Zwangseinweisung ist sie nicht krank genug. Es ist komisch, dass du sie nicht anzeigst, obwohl du sie nicht magst und sie deinem Bruder abgefackelt hat. Liebst du mich? Ja. Glaube ich. Du bist wie ein kleiner Junge gerade. Du bist wie meine Mama. Ich wäre gerne deine Mama. Du würdest ja auch nicht dauernd versuchen, mich ins Bett zu kriegen. Doch, gerade dann. Das ist eklig. Jetzt habe ich auf dich. Ja, danke. Achtung. Geschmack für den Kasten.